So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten geheimen Mission und es hat einen Grund, warum ich genau hier lande, denn es geht um das Angeln. Aber nicht um Fische angeln, also nicht normale Fische angeln, sondern wir müssen in Fischwärmen angeln. Ein Fischwärmen ist halt genau das, wie wir hier gerade vor uns sehen, da wo wir die Fische quasi sehen. Die sind halt in so Kreisen dargestellt, da seht ihr, ich habe noch die andere Aufgabe. Und deshalb einfach ganz normal darin angeln und genau so könnt ihr dann diese Aufgabe erfüllen, nämlich Fische bei Angelstellen. Das hier ist halt so eine sogenannte Angelstelle, einfach die Angel reinwerfen. Ich habe das Ganze jetzt hier bei Misty gemacht, denn da sind ziemlich viele Angelstellen an sich, wenn ihr einfach nur hier auf dem Kreis schwimmt. Und dann werdet ihr auch ganz einfach abschließen können. Wenn ich dir damit schon weiterhelfen konnte, gerne ein Like dalassen, hier auf das Video gerne ein Abo dalassen. Wenn du mehr Aufgaben sehen willst, die so ein bisschen versteckt sind, dann schau einfach bei mir vorbei, weil die Aufgaben sind konstant aktiv. Also ihr könnt die Aufgaben quasi auch teilweise machen, wenn sie gar nicht da stehen. Also in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut herein.